Toni Janschke ist ein deutscher Fußballspieler, der bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht. Für seine Heimatregion, die Oberlausitz, fungiert Janschke seit Juni 2015 als Oberlausitz-Botschafter. Karriere Die Karriere des 1,77 Meter großen Mittelfeldspielers hatte beim Heuerswerda SV Einheit und dem FV Dresden Nord begonnen, bevor er 2006 zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Dort kam er in der Jugend und in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und wohnte fast zwei Jahre lang im Jugendinternat des Vereins. Am 29. November 2008 debütierte er unter Trainer Hans Mayer in der Bundesliga bei der 1 zu 3 Heimniederlage gegen Energie Cottbus, als er in der 46. Minute für Gallalbermann eingewechselt wurde. Im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen am 6. Dezember 2008, in dem er über die gesamten 90 Minuten zum Einsatz kam, erzielte er sein erstes Bundesliga-Tor. Mit 18 Jahren und 243 Tagen ist er hinter Marco Villa und Rainer Bundhof Borussia Stritt jüngster Torschütze in der Bundesliga. Am 1. Januar 2009 unterschrieb Janschke einen Profi-Vertrag, der zunächst bis Ende Juni 2012 datiert war und zuletzt bis 2018 verlängert wurde. Zu Beginn der Saison 2010-Elfte verletzte er sich am 12. September 2010 in der Regionalliga-Begegnung der zweiten Mannschaft gegen den SC Wiedenbrück. 2000 und fiel nach einem Bruch des linken Mittelfußes nahezu die gesamte Hinrunde aus. Janschke, der in Mönchengladbach unter Hans Mayer zunächst auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers eingesetzt wurde. Jedoch auch schon als Links- oder Innenverteidiger auflief, sieht sich selbst als Defensiv-Hollrunder. In der Saison 2011-12 kam er jedoch vermehrt als rechter Verteidiger zum Einsatz, wobei sein früher Junioren-Nationaltrainer der Erste war. Der ihn auf der Außenposition in der Abwehr spielen ließ. Dort verdrängte er den bis dahin gesetzten Tobias Levels und erspielte sich einen Stammplatz auf dieser Abwehrseite. Er wurde während der Hinrunde der Spielzeit 2013 14. nach der Verletzung der etatmäßigen Innenverteidiger der Mönchengladbacher von der Außen in die Innenverteidigung gezogen und kam über mehrere Spiele auf dieser Position zum Einsatz.